An diesem Wochenende haben wir 30 interessierte Studentinnen und 15 PwC-Lehrerinnen eingeladen und bieten im Rahmen eines vielfältigen Programmes zahlreiche Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen und sich in gemütlicher Atmosphäre bestmöglich kennenzulernen. Make Your Mark findet unter dem Motto Women Empowering Women statt. Wir wollen den Teilnehmerinnen Möglichkeiten bieten, Karriereinsights zu sammeln und ihnen wertvolle Tipps für ihren Karriereinstieg geben. Dabei wollen wir natürlich insbesondere die Teilnehmerinnen auch für PwC begeistern. Mein Name ist Insa Thiele Eich, ich bin Meteorologin, Klimaforscherin und trainiere als angehende Astronautin. Und wenn mein Traum in Erfüllung geht, dann werde ich die erste deutsche Frau auf der Internationalen Raumstation und damit sogar auch die erste deutsche Frau im All. Ich fand dieses Wochenende einfach nur wunderbar. Ich habe viele, viele tolle Menschen kennengelernt, viele neue Eindrücke gewonnen und fand das Ganze wahnsinnig inspirierend. Guck dir das an, so viele tolle Damen, die heute oder das ganze Wochenende mit dabei sind. Es macht super viel Spaß, sie kennenzulernen und hoffentlich auch die ein oder andere für uns zu gewinnen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, bei PwC anzufangen. Die verschiedenen Bereiche wurden mir schmackhaft gemacht und kann mir vorstellen, verschiedene Bereiche kennenzulernen. Musik 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 Vielen Dank.